hallo leute herzlich willkommen wieder bei der nächste folge und wir spielen heute natürlich wie immer am dienstag der one piece genau one piece bloß ich weiß wie du ich verspreche immer mich ich sage jedes mal die titel falsch so egal letzte folge hat vier steig gemacht und das finde ich echt nicht gedacht dass soviel kam ja schaffen aber so von eltern und kinder mein handy natürlich etwas interessanten natürlich nicht so den stoff gute lady was ich will jetzt ausprobieren nehmen wir ja machen wir sagen so gegen zwei ladies zwei ein bisschen und vier machen ich habe ich habe gewusst es wird so es passieren glaube ich ich habe ich habe gewusst es wird so es passieren glaube ich es 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 Das muss, glaube ich. Ja. Die Frauen sind echt mies und stark irgendwie. Die Frauen sind echt mies. Die Frauen sind echt mies. Was? Was ist passiert? Na ja. Haben wir gewonnen. Sind wir zufrieden? Der Samji hat nicht verloren. Gott sei Dank. So. Deswegen habe ich versucht, ob das wirklich werde gehen, dass der Samji solche Herzen. Ich habe nicht gedacht, Herzen will da machen. Und ich will nochmal angreifen. Naja. Ja. Also, den haben wir vorher gemacht. Jo. Läuft. Oh, wow. Der nächste ist der Ciborgs. Ah, das können wir ausprobieren. Aber was mir, ich will jetzt mal ausprobieren. ist der Shanks. Und mit den guten... Ich weiß nicht. Was wäre doch, wie soll ich nehmen? Den vor zwei Jahren oder diesen? Geschwindigkeit. Ah, der ist anders. Versuchen wir von zwei Jahren. Und nächste Runde versuche ich, wenn ich zwei gegen zwei gegen den vor zwei Jahren eine Raffi nehmen. Okay. Großen Krieg. Kampf. Um Leben zu. Wenn du dich auf die Hände anbieten kannst. Rufi. Ja. Ich kann auch nicht sagen. Der Mann. 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 Gehen. aceutical. пов Chi. Ferm. Alter! Was bringt das? Ayo! Oh ja! Oh, Ella, Franky, du musst mehr Cola trinken. Erster Kampf und Verbündete, oh nice, so nächste Kampf, wir bekommen Geld für den, da ist eigentlich dunkel, gell? Ja, finde ich auch. Rotteschöns, ey, finde ich den Rotteschöns, echt? Oh. Okay. So, ja, schön. So, nehmen wir, Nächsten ist, wie, wie Hood und Katze, wie Hund, ah, Hund, und Katze, ach so, hm, so, mal sehen. Ist schon wieder 2G, ich, wie habe ich versprochen, nehmen wir Rottenschöns, ich werde keinen Unterstützer. Oh, natürlich, der vor 2 Jahren Raffi, dann hast du weg, statt mir. Die Rose. Was ist denn, Leon? Okay. Also, das gleiche, egal, wen nehme ich, okay. Gut. Okay, das ist klar, was kann die Kontrolle verwenden, wenn, wenn. Nein, nein, f***. Ah ja, Raffi ist tot, eh. Okay, der ist down. Komm, komm, share. Ja. What the f*** ist der jetzt? Ja, toll. Alter, ich habe nicht gewartet, das sind solche Effekte. Okay. Tätigkeit. Na ja, weiter geht's. Ey, echt mega, mega. So, geht weiter. Ah, ja. Ah, ja. Weil es, hat. So. Befono ibarrafi, okay. So, nächste. Bin nämlich den allernächsten. Ich hatte, irgendjemand wollte ich nehmen. Ah, jetzt weiß ich. Ich will jetzt den Don Flamingo. Und von den Don Flamingo gibt es niemanden. Also, ich werde jetzt nehmen. Komm. Fujira, weil die haben in Doso Rosa zusammen gearbeitet. Deswegen nehme ich die zwei. Ja, nehmen wir das. Und schauen wir mal. Wie der Dunferung kämpft, weil ich den Fujira habe ich schon gegen kennengelernt, wie er kämpft. Okay. Okay. Auch schon wieder. Ah, ja. Perfekt. Passt. Perfekt. Okay. Okay. Oh, der Spukfeuer. Da. Aha. So ein Fall. Was ist rein. talking. Blieufte. Cool. Oh. Ey, ich bin bald, wir werden ja auch close, wenn ich weiß. du bist echt nervig ja was wunderbar na ja haben wir nicht gemacht ist effekte aber ja passt schon cool wie wir da so viele note sind wir sagen acht ist gut so es ist neute steckt schon jetzt mal kämpfen wir gegen schöne und die best die steckbrief heißt und das ist die bär und also wie heißt die ich habe vergessen ich weiß ich wirklich nicht mehr wie die heißt so weniger schwitzen mehr kämpfen also ich nehme diesmal denn sabo und man die und die haben auf der rosa zusammen die haben zusammengearbeitet ich versuche ein bisschen mehr kombinieren so frau gegen frau sehr schön ja 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 Oh, okay. Okay. Kämpfen? Jo. Ja. Okay. Läuft. Alla. Die macht sch- Okay. Ich will nicht wissen, was ihr Technik ist. Okay. Ich will nicht wissen, was ihr Technik ist. Aha. 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 Auch nice Effekte und Action. Alter, fünf Menschen Karate. Ach so. Das läuft. Ich hab gedacht, Fisch- 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 Menschen Karate kann nur Fisch- Menschen erlernen. Aber es scheint, dass es nur ein Mensch kann auch. Pfff. Naja. Es ist super. So, Leute. Ich werde sagen, für den Dienstag Part. Das war's. Und wir sehen uns natürlich wie immer morgen. Bis nächsten. Ciao. Ciao. Und schau schön zu. Ciao.